Drei Punkte habe. Ich habe den Punkt A, Punkt B, Punkt C und ich möchte eine Ebene aufstellen. Dann gibt es die Ebene in Parameterform. Da brauche ich zwei Richtungsvektoren U und V und ich nehme eben für U, nehme ich dieses AB und für V nehme ich AC. Ich könnte aber für U jetzt auch was anderes nehmen. Ich könnte jetzt CB nehmen oder BA oder was weiß ich. Diese Punkte dürfen eben nur nicht in einer Linie sein. Das würde ich aber merken, weil U und V-Linie abhängig wären. Also da käme dann sowas raus wie 2, 3, 4 wäre das eine und der andere wäre 4, 6, 8. Also zweimal der eine Vektor ist der andere Vektor. Das ist der Fall, wenn die nicht sauber in einem echten Dreieck liegen, sondern so irgendwie parallel liegen. Und oft möchte ich dann die Ebene noch in den normalen fahren. Dann brauche ich einen normalen Vektor, mal halt U Kreuz V. Und dann habe ich meinen normalen Vektor. Der Aufpunkt, das kann jetzt A sein oder B oder C. Das ist egal. Drei Punkte, alles geht als Aufpunkt. Und so baue ich meine Ebene. Bei einer Geraden, gerade aus zwei Punkten, gerade durch A und B. Da habe ich A als Aufpunkt und AB wäre mein Richtungsvektor. Bei einer Geraden, Wasser frage ich meine GREapatine lensaki,